ja und mit diesem bombardement schütteln begrüße ich euch zu einer weiteren folge tot und verderben das ist ja nicht darktodes star wars space kampf irgendein hilferuf hat irgendwelche jäger geschickt und diese jäger wollen und nun mit dem schiff des schiffes vernichten soll er das schiff mit dank uns vernichten was für eine rolle ja und jetzt müssen wir uns ans geschützt setzen obwohl wir eventuell vielleicht sogar die guten eigentlich gerade abschießen werden politik halt ne ok das wollte ich jetzt nicht machen aber ok ich dachte da hat es nur nicht für mich gut daneben nicht kommst du denn her da lebt ja noch die von ihren eigenen teil fightern beschossen werden ich meine wir bekamen überhaupt die idee die hier ja die teilfighter zu rufen gegen sich selber was bewegt sich da nun es hat zwei lichtschwerter und rett auf sich zu äh doppel ich schritt meine ich oh cool oh es gibt einen roten winkel hier ja auch nur einen schuss kaufen ne das war alles boah wie langweilig war das denn und wo ist die klaue denn eigentlich jetzt muss ich die ganze weg zurück laufen ja das ist eine sehr ereignisreiche folge wenn man mich nicht in ruhe lassen will ne ich sollte den aufzug rufen ich sollte das schutzschild aktivieren oder auch nicht was war das denn rumpeulen gerade ach jaden hat nein keinen hat so gelacht das verstehe ich ja action mit dem lichtschwert ja ich bin fast tot oh moment ich habe nie idee ich habe gerade alles abgeschossen was aber okay was hast du eigentlich die ganze zeit gemacht du hast wie quai von jinn in einer tür rum in einer tür rumgestochert und das war's ja auch keine verstecke sehr gut uns erreichten berichte von imperialen schiffen die durch den raum der republik flogen sie scheinen sich zu mobilisieren und die jünger aragnos zu unterstützen du kannst noch eine mission annehmen aber behalte dich bereit etwas großes wird passieren sehr bald ein galaktischer krieg die erste ordnung die es hier nicht gibt und eigentlich nie geben sollte es sind informationen über einen großen vorrat alter waffen bekannt geworden die in der öde von ort mantel versteckt sind zerstöre die lager damit sie nicht in die falschen hände geraten aufzeichnungen aus der zeit der rebellion lassen darauf schließen dass es sieben an der zahl in den ruinen der stadt sind wäre es nicht vielleicht besser die waffen für sich einzusammeln das sollte leicht werden platziere ein paar ladungen genieß das feuerwerk und komm zurück was kann da schief gehen bum bum so macht den tuch oder würgelgriff der fein bleibt für fünf sekunden im würgelgriff er leidet aber keinen schaden ach so der jesi kann einen gegner anheben und ihm so lange schaden zu fügen die kräfte der macht vorhanden sind und oh nice dann was nehmen wir diesmal äh das und das ja das ist echt am effektivsten ach halt moment bum bum dann nehme ich das hier fernzündung das ist da sind ein paar der waffen da sind ein paar der waffen hätte die wirklich ja einsammeln lassen von der republik ne okay der 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 sag mir nicht, das ist der, den ich glaube oha bitte was soll was ich war auch so ne knarre alter boba fett, der lebt ja noch lol 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 wow ach, das wollte ich nicht ok, der Flammelwerfer hat es echt in sich, alter ja wow moment, ich kann doch einfach ausweichen, äh, hier abwehren, meine ich da kann gut ausweichen kann ich nicht hier die Macht verwenden? ich wusste es, irgendwann kommen noch die Raketen ui, was oh 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 ok das habe ich jetzt hier nicht erwartet ein kleiner pausenraum aber eine überraschung sicherlich aber eine willkommene mit sicherheit aber eine willkommene so wow mama mia nein ich habe ich wollte die macht einsetzen das gibt es doch nicht ja toll ja das gibt doch nicht ja der typ ist echt krass teils minuten schon kann ich einfach hier während des postkampfes ausmachen ok also ja ich las mal komm her du ich las mal hier die macht zugegriffen das ich im nächsten level an aber ja ja also ja mit der macht zugegriffen das ich mal was er jetzt ja wie man eine an was ich habe ich wollte schon sagen man ja 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 gut das war das ding habe ich noch ach der burg oh toll dann muss er da oben sein ja das ist staub liebe kinder ich hätte eine rakete das man mitnehmen soll hallo vielleicht macht er eine pause da oben und ich muss irgendwas machen oder so keine ahnung das level ist größer als ich dachte dann schauen wir uns mal um hier ist eine menge munition oh lol was oh nee oder ja toll was hast du da überhaupt für eine knarre das war diese folge und in der nächsten folge geht es weiter wie wie ich da rumliege mit Hilfe mein nacken ist gebrochen oder so naja egal